Ja, ich wollte euch fragen, wie geht es euch wieder? Zeig es euch in den Kommentaren. Und ihr seht, wir sind bei 2022 Trophäen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir spenden hier fleißig. Na genau, Achtung. Haben wir noch mal ein bisschen... Oh, ist das wieder mal laut. Ich lasse lauter Geräusche wie bei Clash Royale. Okay, ich würde sagen... Oh, wir können weiter kommen. Zeig mal, ja. 76. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen einen Fight. Und dann sehen wir mal uns. Und bis Clash war der Fight. Fertiges. Ciao. Hey Leute, ich bin wieder da unten. Und ihr seht, ich habe 2-1 gewonnen. Gegen einen sehr komischen Gegner. Guck mal, wie viel... Wie viel... Also, was heißt der so? Okay. Leute, ihr seht ein Deck dort oben. Ich habe gewonnen. Ist auch sehr geil. Ja. Wie findet ihr jetzt gerade? So in Clash Royale. Schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht habe ich keine Ahnung mehr mehr. Ich mache mal ein Testspiel. Vielleicht gucke ich mal. Wann einer kommt, dann sage ich es euch. Bis gleich. Ja, Leute. Keiner hat angebissen. Also mache ich hier noch... Sagen wir mal... Drei Kämpfe mit euch. Also mal... Sagen wir mal... Noch zwei Kämpfe, drei Kämpfe mit euch. Oder bis die Kronentruhe voll ist. Das war jetzt nicht. Mit euch. Und wir starten in den ersten Kampf. Ein kurzer Cut. Oh, Leute. Wir sind ja noch. Ist ja keine Sonne. Was? Tschö? Tschö, Ma? Der kleiner Cut. Hey, Leute. Ich bin wieder da. Mein Kopf explodiert gerade irgendwie. Okay, es geht aber weiter und ich hoffe, ich gewinnen will gehen und dann mache ich nach diesem Kampf, muss ich einen kleinen Kampf machen, dass ich was machen kann, okay? Und dann sehen wir uns nach dem Kampf und so, wieder aber zuerst sehen wir den Kampf. So, okay Leute, ich hoffe mal, dass wir endlich mal die Krone kriegen können, oh scheiße, er hat uns so genommen, scheiße, er hat es so weggenommen, oh nein, scheiße, ja, okay, ich glaube, dieser Kampf ist irgendwie verloren, man sieht, es ist an ihn gekommen, vielleicht kommen wir mit drei Musketieren, wenn es mit ausfällt, okay, ich muss meinen Ballon zur Abwehr setzen, der Ballon macht, hat so viel Leben, okay, Leute, ich muss nicht so viel auf die Öko setzen, scheiße, er hat mich, okay, ich wollte mal, okay, nein, er hat Level 9, ... ... Okay, Leute, die Pfeile kommen und direkt und ... ... ... ... Leute, 3, ja, 3, ja, 3, ja, 3, ja, 3, 1, Leute, geil. Plus, wir machen Plus, nicht Minus. Plus, Plus. Okay, nach einem kleinen Cut sehen wir uns wieder. Hi, Leute, ich hatte gerade richtig viel Stress und so. Ich habe gerade über ein Handy geredet mit meinem Vater und so, weil ich nehme auf dem Tablet auf. Und jetzt mache ich noch Zweikämpfe. Und wir sehen uns im Camp. Hey, Leute, wir sind in meinem Cup. Camp, I know we come. Camp, nobody. Camp, camp, nobody. Camp. Hey, Leute, camp, camp, hey, Leute. Camp. Okay, es ist so drin, so drin, so drin. Es ist so drin. Okay, ich kann nicht singen. Okay, Leute, der hat schnell einen Turm geholt. Superschnell sogar. Und er hat natürlich den Eismagier. So eine OP-Karte hat der. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, scheiße. Ich habe richtig schlecht mein Minipicker. Mein Minipicker ist dann richtig schnell rumgegangen. Ja. Nein. Ja, doch, ich habe mehr damit gemacht. Ich habe das Gefühl, dass du wirst. Warum muss ich das jetzt machen? Ja, ja, ich habe noch keinen Spesselgast gefunden, aber ich hoffe, ich kriege bald. Ich wollte eigentlich mit Datati aufnehmen. Wer ihn kennt, dann schreibt ihn unten in den Kamerascharen. Hashtag Datati. 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 Hey, Leute, meine kleinen Schwester, der hat mich gerade gesehen und sagen. Hey, Leute, ich habe verloren mit meiner kleinen Schwester. Aber wir machen noch zwei Kämpfe, bis die Kronruhe voll ist, okay? Wer hat den Lava-Hund, schreibt ihn in die Kommentare. Und checkt bitte, dass der Tier 3 in 1 seit 7 ab. Und wir setzen den Lava-Hund. Wer hat den Lava-Hund? Schreibt ihn in die Kommentare. Tiert Hashtag Lava. Wie heißt der Lava-Hund? Jumpin' down, dumm, 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 dumm. Okay, Leute, ich bolze auf deinem Turm. Okay, Leute. Ich habe mich ein bisschen besser vorgestellt, okay? Muss den Schweinereiter bewerben. Muss den Schweinereiter bewerben. Nein, scheiße. Schon wieder nicht auf den Schweinereiter gegangen. Mini-Pika, was willst du? Okay, aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind ein Team. Wir haben alles nie verstanden. Wir sind ein Team. Wir haben alles nie verstanden. Wir sind ein Team. Okay, ich werde jetzt mit meiner Community-TV-Geist. Okay, komm schon. Ich würde gerne mit meiner Facecam machen. Aber ich kann keine Facecam aufnehmen, weil ich keine habe. Oh, weil ich keine habe. Doch, einen kam und dann haben wir die Kontruhe. Ab geht's in den nächsten Puppe. Nein, ich würde den Parkhaus nehmen. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Was lässt du denn nach oben gehen? Und du lässt dich verlieren. Oh, mein Junge. Warum macht er das? Ich wollte nur ihn besiegen. Ich wollte nur ihn besiegen. Und viel verloren, viel verloren. Ich schätze, das ist zu viel. Nein, für dich. Viel verloren, für dich. Mein Bruder, gut, dich liebt. Okay, ich mache mal den Volumen. Wie viele Mal kann der Skelette? Amit, so bad. Oh, Leute, scheiße, er kommt. Schade. Das regt mich auch. Die Hexe muss kommen, Mann. Okay, Hexe ist down. Okay, Leute, ich komme mal durch. Ich habe meine Kronentruhe eigentlich im Sack. Zack, zack. Okay, mein Ballon kommt durch. Ich schille nochmal von ihm. Aber mein Turm sollte eigentlich packen. Das ist kein richtiger Turm. Da, 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 da. Okay, kein Schwarzleier. Oh, nicht paluten, wenn ihr nicht ihn abonniert habt. Ganz ehrlich, das ist ein super Gamer. Wenn ihr Gamer nicht mögt, kein Problem. Abonniert ihn wirklich trotzdem. Er macht auch geile, supergeile Vlogs. Fast jeden Tag um 19 Uhr. Vlog macht er fast. Manchmal auch macht er Gaming-Video als Vlog. Vlog. Ne, Vlog. Ganz ruhig. Worteilig. Oh, Mann, oh, keine Leggy. Das ist auch richtig. Geil. Leute, das war die schlechteste Kronentruhe in meinem ganzen Leben. Kampf? Nein, kein Kampf. Sollen wir es wagen? Nein, Leute, ich habe Angst. Mein Bruder soll es mir machen. Ich kann dann noch einmal machen. Dann bleibt, wie ihr bleibt. Habt noch Spaß beim Clash Royale spielen. Und abonniert da das hier. Abonniert 3117. Vergesst nicht zu abonnieren. Lasst eine Bewertung da. Und tschau.